Das Apartment C. Cornutels Las Palomas liegt in Palmanova in Mallorca. Das Apartment C. Cornutels Las Palomas ist sehr beliebt unter den Gästen, 100% empfehlen das Hotel. Weiter, das Hotel hat eine sehr gute Bewertung. Die drei Gäste, die das Hotel bewertet haben, vergeben durchschnittlich 5,2 von 6 Sonnen. Die Bewertungen sind allerdings nicht aussagekräftig, da nur drei Bewertungen vorliegen. Nun die Bewertungen im Detail, Lage und Umgebung. Das Hotel hat laut den Gästen die beste Lage. Sie vergeben für den ausgezeichneten Standort und den damit verbundenen Erholungsfaktor 5,7 von 6 Sonnen. Sonnen Gastronomie Eine großartige Küche bietet dieses Hotel. 5,3 Sonnen werden für die gastronomischen Leistungen der Küche vergeben. Service Ein hervorragender Service wird Ihnen in diesem Hotel geboten. Das zeigt die Bewertung von 5,1 von 6 Sonnen. Zimmer. Mit 5 von 6 Sonnen werden die Zimmer des Hotels bewertet, wodurch sich die Gäste sehr zufrieden mit Sauberkeit, Größe und Ausstattung der Hotelzimmer zeigen. Hotel allgemein. Gäste loben den guten Zustand und die Sauberkeit des Hotels. Hierfür wurden 4,7 von 6 Sonnen vergeben. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.